Wir haben beschlossen, ein Kind zu haben, weil wir hatten ein freies Zimmer, so eine Art Rumpelkammer. Und je länger ich mir den Saustall da drin angeguckt habe, desto klarer ist es für mich gewesen. Ein Kind. Wir haben fast jeden Tag trainiert, wie für die Olympischen Spiele. Die Beine an die Decke, damit es fließt. Ich habe die ganze Wohnung geputzt. Ich habe alles weiß gestrichen und alles durchgefegt. Nur noch die Wiege hat gefehlt. Aber wenn es nicht will, will es nicht. Das ist wie Öl und Wasser, das. Das ist wie Öl und Wasser, 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 das ist wie Öl und Wasser. Das war's. Das war's.